Ich bin der, der, der immer in der hintersten Reihe steht, wenn überhaupt. Ihr, äh, habt ihr mich, die hinterste Reihe, wo ihr nie, ihr kennt mich nicht. Ihr, äh, mit eurem, ihr habt wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ich hab, ich hab ja kein, ich weiß nicht, okay, ich will mir kein Urteil über euch, aber es geht hier in diesem Song um mich und ich habe in meinem Leben schon, ja, oder das, sagen wir so, wenn du so, viele Leute haben Handicaps, da, da, äh, da beißt die Maus kein, aber was ist nun, was ist die Sache, was ist die Besonderheit bei mir, weil darum soll es in diesem Song gehen. Ich habe, ich, schon als Kind merkte ich, dass ich, äh, die, meine Mutter, na, wo, die alte Dame nicht auch noch mit reinziehen. Ich, so, wer, äh, will noch, äh, wer möchte noch mehr wissen? Ich, ich hab schon, ich bin der, der nichts schenkt. Ich bin der, der, äh, der sein, auch wenn andere, äh, man denkt, man kann, macht sich ja kein, wenn, ja, ihr steigt wahrscheinlich durch, aber bei mir ist es, dass ich, äh, wenn, wenn du nichts checkst, ja, äh, im Grunde ist es nicht witzig. Ich, ja, du, immer wieder, ich komme in eine Situation, ich, du kommst in eine Situation, du willst, du kannst, du forcierst es ja nicht. Ich, äh, ich hab manchmal das Gefühl, ich check nicht mal die Sachen, die ich gerade mache, wie hier diesen einen, aber Song, äh, aber kann man ja später am Computer, kann man ja pitchen. Ja, wenn, aber wisst ihr, könnt ihr euch, habt ihr, äh, sagt, äh, interessiert euch das? Wisst ihr, wie, wie das ist? Wie das ist, wenn man nichts checkt, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man, du stehst, du bist in der Situation, dass, äh, tja, alle anderen, aber, äh, sicher, ähm, go, man trifft sich abends mit der Klick, ja, wenn ich, so hast du natürlich auch keine Klicke, weil alle sagen, mit dem, da, oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wirklich, keine Ahnung, weil ich, ich kann nur sagen, Könnt ihr euch das vorstellen, wie das, äh, wenn du nichts checkst, es ist fast besser, wenn du verreckst, fast, fast besser, wenn du nichts checkst, äh, denken die super schlauen, dass du deinen Checker nur versteckst, aber wenn's mal so wär, nein, ich, es ist bei mir, es ist wirklich, es ist keine Koketterie. Ich, äh, ich, äh, ich, 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 ich könnte auch beim besten, wenn diesen Song nicht anders singen, also ich hab, das ist der 25. Take, und ich hab mir alles aufgeschrieben, aber, tja, da habt ihr's wieder, da haben wir's wieder, ja, da ist ja, da haben wir den Beweis schwarz auf weiß, also, wie sagt man denn, wenn man was hört, sagt man nicht schwarz auf weiß, Ton auf Ohr, ja, Ton auf Ohr, haben wir den Beweis, dass ich check wirklich nichts und ich, ich sag das nicht mit einem gewissen Stolz, auch, man fragt, warum sagt er's nicht überhaupt, ähm, ich weiß nicht, ich hab's verkehrt, ich hab's nicht gecheckt, ich check nicht mal, wenn du nichts checkst, wenn du nichts checkst, hier machen wir so ein Frauenchor, oder? Wenn du nichts checkst, weiß ich, keine Ahnung, achso, wir sollen ja nicht miteinander reden, bitte können wir gleich katschen, ja, wer hat noch Fragen, achso, könnt ihr ja nicht antworten, ich, es ist, äh, von außen wirkt's lustig, aber es ist, äh, im Grunde noch, es war schon, es, ich wollte nur sagen, wenn du nichts checkst, also, beziehungsweise ich, bei dir, wer bist du, unbekannte Hörerin, ruf doch mal an, 417, oder, na, das ist auch scheiße, das bringt eh nichts, äh, wenn du nichts, ich bin oft sehr einsam, das einzige, also die einzige Art, wie ich mit Leuten kommunizieren kann, ist eigentlich über mein Gitarrenspiel. Wenigstens hab ich das. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017